Familie und Beruf.online, Plattform zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Arbeit, der damit verbundene Alltag und letztlich das Einkommen beeinflussen unser Leben weitestgehend. Egal ob als Berufsanfänger, erfahrenen Mitarbeiter oder Wiedereinsteiger, die Arbeitswelt ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Auch Monika, die nach längerer Zeit als Hausfrau und Mutter wieder beruflich durchstarten möchte, muss sich diesen Herausforderungen stellen. Monika nutzt dafür die Plattform Familie und Beruf.online, um sich alle relevanten Informationen schnell und komfortabel zu beschaffen. So erfährte sie nicht nur alles über Arbeitssuche und Bewerbungsverfahren, sondern auch zum Beispiel den ersten Arbeitstag und den Arbeitsalltag. Dank der App zur Plattform kann sie sich sogar auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch für einen Job nach letzter Tipps und Hinweise ansehen. Selbst zu Themen wie Krankheitsausfall oder Kündigung einer Arbeitsstelle findet sie hier viele hilfreiche Informationen und direkte Ansprechpartner. So gelingt Monika nicht nur der erfolgreiche Wiedereinstieg ins Berufsleben, sie fühlt sich nun auch generell wieder bereit für ihre weitere Karriere. So gelingt attitudes ... So gelingt Monika nicht nur der erfolgreiche Wiedereinstieg ins Berufsleben, sie fühlt sich über die Frau von der Bewerbungsgesprächen an.